nicht so einfach so was geht leute ich bin mein kleinem bruder am start benjamin ihr habt euch so lange ein video mit meinem kleinen bruder wieder gewünscht und hier ist es wir haben heute was richtig krasses vor und zwar seht benjamins haarschnitt er ist so relativ standard so bei kleinen jungs er ist sechs jahre alt und nein ich bin sieben bald bist du ja sieben doch und wir fahren gleich dann zum friseur und dort werde ich dir dann deinen krassen haarschnitt zeigen hallo 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 stüttt sagt man es stimmt komm, gib check benjamin leute wir haben benjamin fertig gemacht und leute er sieht so aus das war ein Bomber ich weiß ja Yeah! Bruder! Affe! Benjamin! Wollen wir eine Yoga-Challenge machen? Äh, was? Yoga-Challenge? Wollen wir eine Yoga-Challenge machen? Leute, wenn ihr dafür seid, dass wir beide eine Yoga-Challenge zusammen machen, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch! Leute, wir sind gerade mit René im Auto! René, sag mal hey! Benjamin sitzt hinten! Ja, Bro! Wir fahren gerade zum Südring-Center! Leute, wir sind gerade im Toysars! Benjamin will sich was holen! Er will, dass ich ihm was kaufe! Er sagt zur ganze Zeit, so das hier, Alter, das hier! Stimmt! 90 Euro, Jungs! Ich bin dann raus! Benjamin, hier, das hier! Hier, 2 Euro! Willst du das nicht? Ihr Auto! Scheine, stimmt! Am besten doch das hier für 150, oder? Nein, das ist zu teuer! Das ist zu... Ah! Das ist zu teuer! Hast recht! Ich kaufe das hier! Puh! Puh! Und eine Pistole! Und hier Patron! Leute, wir sind gerade hier im Hair & Body World! Frisur-Studio! Mit Benjamin! Also welche Frisur willst du haben? Ich hab's so überlegt, dass wir ihn so 3 mm in den Seiten machen! Und halt normalen Übergang! Und so halt die Haare wie bei mir so hoch machen! So hab ich's überlegt! Ja! Was sagst du, Benjamin? Findest du den Aufschnitt? Stille! Ich hab's überlegt! Ich hab's überlegt! Und hier haben sie den Aufschnitt! Ich hab' das Knie! Leuts, Bermin ist fertig! Bermin! Geh mal! Komm, guck mal, guck mal! Warte mal stehen, warte mal. Den Frisur! Zeig mal! Ohhhh, da geht dein Kopf nicht mehr, warte. Oh, Junge. Leute, nur zu empfehlen, wir haben gerade so einen Hair-Beauty-World-Salon im Südzwingscenter in Paderborn. Wie findest du deinen Haarstab, Hermin? Wie findest du ihn? Gut. Ich gebe es direkt von Nathan, den Führer einer. Antois! Oh, 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 oh.